Richard Horatio, Rick, Kavanian ist ein deutscher Schauspieler, Komiker und Synchronsprecher armenischer Abstammung. Bekannt wurde er vor allem durch die Bulli-Parade, in der er zusammen mit Michael, Bulli, Herbig und Christian Tramitz auftrat. Leben Rick Kavanian wuchs bei seinen Eltern, einem armenischen Einwandererpaar aus Bukarest, und bei seiner Großmutter in München auf. Er besuchte das Luitpold-Gymnasium München. Von 1990 bis 1994 studierte er insgesamt neun Semester Politikwissenschaft, nordamerikanische Kulturgeschichte und Psychologie in München und Augsburg. Seine Zusammenarbeit mit Michael Herbig begann 1990. Kavanian und Herbig waren für die Radioshow Langemann und die Morgencrew beim Münchner Radiosender Radiogong 96,3 als Autoren und auch am Mikrofon tätig. Nachdem Kavanian 1995 bis 1996 in New York am Lee-Strasberg-Theater-Institute Schauspiel studiert hatte, arbeitete er ab 1996 zusammen mit Herbig für die ProSieben-Sendung Easy Bulli und 1997 für die wöchentlich ausgestrahlte Radioshow Bulli's Late-Light-Show und die Bulli-Parade. Ab September 2006 bis Mitte 2009 tourte er durch Deutschland, Österreich und die Schweiz mit seinem ersten eigenen Comedy-Programm Cosmopilot. Ab Herbst 2009 war er mit seinem neuen Programm Ipanema auf Tour. Ab Januar 2011 war Rick Kavanian neben Monika Gruber und Bruno Jonas Mitglied des Teams von Die Klugscheißer, einer monatlichen Satireshow des Bayerischen Fernsehens und das Erste. Seit September 2012 ist er mit seinen Bühnenprogrammen Ego's Trip, Dollbohrer und Offroad unterwegs in Deutschland und Österreich. Er hat außerdem eine wöchentliche Radiokomedy in Bayern 3. Rick Kavanian lieh zahlreichen Filmfiguren seine Stimme als Synchronsprecher. 2013 erhielt er für die Stimme des »Ritter Rost« im Animationsfilm »Ritter Rost – Eisenhart und voll verbeult« den Deutschen Animations-Sprecherpreis beim Trickfilmfestival Stuttgart. Er spricht vier Sprachen. Armenisch, Rumänisch, Deutsch und Englisch. Im Sommer 2016 agierte er bei den Dreharbeiten für Bulli-Parade »Der Film in verschiedenen Rollen«. Die Komödie lief zum 20. Geburtstag der Sketch-Show am 17. August 2017 in den Kinos an. Erneut spielt er neben Michael Herbig und Christian Tramitz. Der Film errang in der ersten Woche Platz 1 der Kinozarts. 2021 war Kavanian Teilnehmer der Comedy-Game-Show LOL »Last One Laughing«, bei der Michael Bulli-Herbig als Gastgeber fungierte. Privates Kavanian lebt mit seiner Frau Ilka, die er nach drei Jahren Beziehung im August 2005 geheiratet hat, im Münchner Stadtteil Trudering. Kavanians Eltern leben seit 1997 in New York. Als sein persönliches Vorbild bezeichnet er den britischen Filmschauspieler und wandlungsfähigen Komiker Peter Sellers.